Die Eva und der Karl haben dem Lausbub einen Lausbub mitgebracht. Ist das super. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen schönen deutschen Wein kriege. Den kriegt man hier selten und den genieße ich dann wieder. Und wenn ich den dann genieße, da denke ich an dich. Weil wenn ich dann das Video anschauen oder weiß ich wieder, wo er herkommt? Das ist fast wie das Franke, nur schützt die Pfalz. Ja, Pfalz, naja, gut. Ein sehr guter Wein. Die Pfälzer, die Deutschen machen eh gute Weine in der Zwischenzeit. Also ich habe noch nie was Schlechtes getrunken, was meiner mitgebracht hat. Eben, Pfalz, Gott erhalt. Ja. So, das ist doch eine super Sache. Meinst du, ich kriege noch ein Bier? Wenn du Glück hast, da steht doch ein. Das gehört mir. Achso, was willst du für ein Bier? Ein Schneiderweißen. Ein Schneiderweißen, ein Kristallweizen. Nee, Hefe. Hefe habe ich nicht von Schneider, nur ein Kristall. Aber ich habe Franziskaner, Hofbräu und, ja, Hofbräu und Franziskanerhefe. Hofbräu und Franziskanerhefe. Kann man hören? Du hörst mir? Ich bin dann Ja, maintain J siete 2B Fruity 2B Fruity 2B Fruity 2B Fruity 3B Fruity 3B Fruity 3B Fruity 3B Fruity 3B Fruity